Jetzt mit Pastor Joseph Prince. Wissen Sie, Panikattacken, Angstzustände. An so etwas zu leiden, ist wirklich keine kleine Sache, Leute. Es ist nicht etwas, wo man einfach sagen kann, denk positiv, schau auf die angenehme Seite. Viele dieser Menschen nehmen täglich Medikamente. Und wenn sie mit den Medikamenten aufhören, ist der Rückfall noch schlimmer. Uns liegen solche Menschen am Herzen. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Menschen, die mit Selbstmordgedanken zu kämpfen hatten, die an Panikattacken und Angstzuständen litten, durch Jesus Christus befreit worden sind. Einfach indem sie das Evangelium der Gnade hörten. Doch was meinen wir damit, wenn wir vom Evangelium sprechen? Das Wort kommt ursprünglich vom Griechischen und bedeutet buchstäblich gute Nachricht. Gute Nachricht. Wenn wir heute von der guten Nachricht hören, denken wir daran. Nun, Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Und das wissen die Leute im Grunde auch. Aber wie genau lässt sich das auf unser Leben anwenden? Was genau bedeutet der Tod vom Jesus am Kreuz für mich? Er kannte keine Sünde. Er tat keine Sünde. In ihm ist keine Sünde. Doch er ist am Kreuz gestorben, als wäre er der schlimmste Sünder aller Zeiten. Wie lässt sich das auf mich anwenden, auf meine Lebensweise? Wie hilft mir das bei meinen Süchten, mit dem, was mich bindet? Wie hilft mir das bei meinen unreinen Gewohnheiten? Wie hilft mir das in meiner Beziehung zu meinem Ehepartner, zu meinen Kindern? Wie macht mich das erfolgreich in meinen Vorhaben? All das hat eine direkte Auswirkung auf unsere seelische Gesundheit, sogar auf unsere körperliche Gesundheit, auf unsere Verfassung und unseren inneren Frieden. Es ist mit unserem gesamten Leben verbunden. Es fängt mit dem Bewusstsein an. Ist man sich erst mal bewusst, dass alle Sünden vergeben worden sind, bringt das einen solchen Frieden in den Geist, erzeugt eine innere Ruhe, ein Gefühl des Wohlseins, das sich dann auch auf die körperliche und seelische Gesundheit auswirkt. Das englische Wort für Errettung kommt vom griechischen sozo, was bedeutet, in jedem Lebensbereich gerettet zu werden. Hebräer 10. Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, sagen Sie, Heilsgüter. Das Gesetz ist also nur ein Schatten. Es ist nicht die eigentliche Wirklichkeit. Das ist ein Unterschied, den wir verstehen müssen. Im Alten Testament sehen wir Schatten. Es bietet uns Sehhilfen. Warum Israel das Lamm bringt und warum der Sünder seine Hände auf das Lamm legen muss. Seine Sünden werden auf das Lamm übertragen und die Unschuld des Lammes wird auf ihn übertragen. Und dann wird das Lamm an seiner Stelle getötet, als wäre es sein Tod, seine Bestrafung. Derjenige, der gesündigt hat, ist nun unschuldig in Gottes Augen. Er ist nun gerecht in Gottes Augen. Und er trägt die Gerechtigkeit des Lammes davon. Das Lamm stirbt seinen Tod. Das Lamm erleidet seine Strafe. All das sind Sehhilfen, die sich im Alten Testament durch Israels Geschichte ziehen. Sie haben die Sünde nicht wirklich beseitigt, sondern nur bedeckt. Das Wort dafür ist Sühne. Jedes Jahr zu Yom Kippur, dem Sühnetag, wurden Israels Sünden bedeckt. Bedeckt. So ähnlich wie bei einer Visakarte heute. Ihre Visakarte, liebe Leute, ist nicht die eigentliche Zahlung. Denken Sie daran, okay? Vergessen Sie nicht, dass die eigentliche Bezahlung noch aussteht. Aber die Visakarte deckt einen vorübergehend ab. Bis zur eigentlichen Bezahlung. Ganz ähnlich ist es mit den vielen Lämmern, die auf den jüdischen Altären in der Geschichte des Alten Testaments geopfert wurden. Sie deckten die Sünde ab, bis das echte Lamm kam. Als Jesus dann auf die Bühne trat, zeigte Johannes der Täufer auf ihn und sagte, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Als Jesus am Kreuz starb, war das nicht bloß eine Bedeckung der Sünde. Die Formulierung ist nun hinweggenommen. Unsere Sünden sind in den Augen eines dreifachheiligen Gottes weggewischt. Ich wollte nur kurz den Hintergrund klarstellen, bevor wir weiterlesen. Vers 1 besagt, Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern am jährlichen Sühnetag, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Im Kapitel davor wird klargemacht, Vollendung nicht im Sinne von perfektem Verhalten, sondern im Sinne eines reinen Gewissens. Ein vollendetes Gewissen ist ein Gewissen, das frei von der Last der Sünde ist. Wenn man weiß, dass die Schuld beglichen ist, muss man keine Angst mehr vor seinem Gläubiger haben, oder? Mal angenommen, Sie borgen sich etwas von einem Bekannten und versprechen aufrichtig, es ihm zu einer bestimmten Zeit zurückzuzahlen. Doch dann kommt der Tag und Sie können nicht zahlen. Dann sehen Sie ihn zufällig aus der Ferne. Was tun Sie? Sie meiden ihn. Warum? Weil Ihre Verschuldung auf Ihrem Gewissen liegt. Sagen wir mal, Sie schulden demjenigen 1.000 Dollar und jetzt zahlt jemand anders die 1.000 Dollar für Sie. Genauer gesagt hat Jesus nicht nur die 1.000 Dollar Schulden zurückbezahlt, sondern Ihrem Gläubiger in Ihrem Namen quasi eine Million Dollar gegeben. Das ist das Bild hier. Jesus hat mehr als genug bezahlt. Wenn wir heute vor Gott treten, dann müssen wir aufgrund von Jesus und seiner Überbezahlung keine Sünden mehr auf unserem Gewissen haben. Sünde zeigt sich zwar immer noch in unserem Verhalten. Wir sind nicht perfekt. Aber das tut dem keinen Abbruch, dass Gott nicht möchte, dass Sünde noch auf unser Gewissen drückt. Schreiben Sie das irgendwo auf. Das hat ein großer Mann Gottes gesagt, der im 19. Jahrhundert lebte. Und zwar, wenn unser Gewissen von Sünde befreit wird, wird Sünde vom Thron unseres Herzens gestoßen. Indem unser Gewissen von Sünde befreit wird, wird Sünde vom Thron unseres Herzens gestoßen. Ist das nicht stark? Das ist der Schlüssel zur wahren Heiligkeit, die sich so viele christliche Leiter für ihre Leute und ihre Gemeinden wünschen. Wir alle wünschen uns das für Gottes Gemeinde. Aber es ist der richtige Glaube, der das richtige Leben erzeugt. Immer. Also, was haben wir jetzt? Nicht vollkommenes Verhalten, aber ein vollkommenes Gewissen. Darauf bezieht sich der Vers. So kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten? Das heißt, heute noch ein Bewusstsein von Sünden zu haben, entehrt Gott. Stellen Sie sich vor, jemand zahlt Ihrem Gläubiger eine Million Dollar für ihre 1000 Dollar Schulden. Aber Sie haben immer noch Angst vor dem Gläubiger. Das würde doch denjenigen entehren, der für Sie bezahlt hat. Deswegen müssen wir unbedingt verstehen, dass ein Bewusstsein der Sünde nicht zum Leben eines Christen gehört. Prediger, die Leuten ihre Sünden bewusst machen wollen, glauben, je mehr Sündenbewusstsein herrscht, desto mehr vermeiden Menschen die Sünde. Dabei hat es genau die gegenteilige Wirkung. Je mehr man an Sünde denkt, desto mehr sündigt man. Das Evangelium, das heute teilweise gepredigt wird, besagt, ja, wir empfangen Sündenvergebung, aber nur, wenn wir genug Buße getan haben. Es gibt immer ein Wenn, wenn wir genug Buße getan haben, wenn wir genug gebetet haben, wenn wir aufrichtig genug sind. Wer so eine Lehre befürwortet, selbst wenn er schon lange Christ ist, selbst wenn er ein Pastor oder Leiter ist, ganz gleich, welche Position er hat, dem sage ich, sie haben nicht wirklich Frieden im Herzen. Wann immer man ein Wenn vor die Sündenvergebung setzt, kann es keinen dauerhaften Frieden im Herzen geben. Wir dürfen das, was Jesus erreicht hat, nicht relativieren. Wir müssen es nur glauben. Und wenn wir es glauben, hat es eine heiligende Auswirkung. Es reinigt unser Herz und dann zieht auch unser Verhalten nach. Die Bibel sagt uns, dass unsere Sündenvergebung zu den kostbarsten Schätzen gehört, die uns gegeben worden sind. In Epheser 1, Vers 7 steht, in ihm haben wir, sagen Sie, haben wir, nicht versuchen wir zu haben, nicht werden wir haben, sondern haben wir. Auch im Griechischen steht es in der Gegenwartsform. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Mehr noch, Erlösung ist ein Freispruch durch Bezahlung und Jesus hat uns von unseren Sünden freigesprochen. Er hat uns vom Strafgericht freigesprochen, das unsere Sünden verdient hätten. In ihm, in Christus, haben wir diesen Freispruch von jeder Verurteilung, von jeder Strafe. Wir haben Erlösung durch sein Blut. Was haben wir noch? Wir haben die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Basierend auf diesem Vers kann ich Ihnen sagen, Gott vergibt Ihnen nach dem Reichtum seiner Gnade, nicht aus dem Reichtum seiner Gnade. Wissen Sie, was der Unterschied ist, nach dem Reichtum oder aus dem Reichtum seiner Gnade zu vergeben? Aus würde bedeuten, ich gebe dir etwas von dem Geld, das ich auf der Bank habe. Sagen wir mal, ich habe 10.000 Dollar auf der Bank und gebe Ihnen davon einen Dollar. Dann kommt dieser Dollar aus dem Reichtum meines Bankkontos. Verstehen Sie das? Aber wenn ich Ihnen nach dem Reichtum meines Bankkontos gebe, was bedeutet das? Wenn ich 10.000 habe, dann gehören die 10.000 und jetzt Ihnen. Das ist mit dem Wort nach gemeint. Außerdem steht hier nicht nur nach seiner Gnade, sondern nach dem Reichtum seiner Gnade. Der Reichtum seiner Gnade hat keinen Anfang und kein Ende. Und dann, wenn er uns vergibt, bedeutet das, dass uns alle unsere Sünden vergeben sind, vergangene, gegenwärtige und zukünftige. Und wir müssen keine Angst haben, denn Jesus teilte diese Angst nicht, dass wenn Leute wissen, dass alle ihre Sünden vergeben sind, sie dann zügelos werden. Das glaubte Jesus nicht. Im Lukas-Evangelium gibt es eine Geschichte von einer Frau von üblem Ruf, höchstwahrscheinlich einer Prostituierten. Sie kam zum Haus eines Pharisäers namens Simon, der Jesus zum Abendessen eingeladen hatte. Jesus kam also in dessen Haus. Und damals legte man sich beim Essen seitlich hin. Man aß im Liegen. Jesus lag Simon gegenüber dem Gastgeber. Es war Simons Haus. Und dann tauchte diese Frau auf. Ich frage mich, woher sie seine Adresse kannte. Auf jeden Fall tauchte sie in Simons Haus auf. Und die Bibel schildert, dass sie von hinten an Jesus herankam und zu seinen Füßen weinte. Sie wusch seine Füße mit ihren Tränen. Das Wort im Griechischen ist eigentlich nicht waschen, sondern ein sehr schönes Wort. Sie benetzte sie. Und sie trocknete seine Füße mit ihrem Haar ab. Und dann goss sie ein teures Salböl über seine Füße, wobei sie die ganze Zeit weiterweinte. Jesus schaute dabei Simon an, da er ja Simon gegenüber saß und die Frau hinter ihm war. Simon schaute die Frau an. Und in seinem Herzen sagte sich dieser Pharisäer, wenn Jesus wüsste, was für eine Frau das ist. Nochmal, ich frage mich, woher sie seine Adresse kannte und woher er wusste, was für eine Frau sie war. Offenbar war das von ihrem äußeren Erscheinungsbild nicht sofort klar, sonst wäre Simon ja davon ausgegangen, dass Jesus sie als Prostituierte erkannte. Simon sagte sich, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, wüsste er, was für eine Frau das ist. Simon wusste, was für eine Frau sie war. Woher können wir nur erraten? Denken Sie, Jesus wusste, was für eine Frau sie war? Natürlich, Jesus kannte ja auch Simons Gedanken. Nebenbei, er kennt unser aller Gedanken und er liebt uns. Trotzdem. Jesus schaute Simon an und sagte, Simon, ich muss dir eine Geschichte erzählen. Es waren einmal zwei Schuldner, die ihrem Gläubiger Geld schuldeten. Zwei Schuldner. Simon und die Frau. Die Geschichte handelte speziell von zwei Schuldnern, die einem Gläubiger etwas schuldeten. Der eine schuldete 100.000 Dollar, der andere nur 100.000 Dollar. Als sie beide nicht bezahlen konnten, erließ er beiden ihre Schulden. Was meinst du, Simon? fragte Jesus. Wer von den beiden liebte den Gläubiger danach wohl mehr? Jesus sprach hier eine Sprache, die Simon verstehen konnte und die auch alle Singapurer verstehen, die Sprache des Geldes. Wer von den beiden liebte ihn wohl mehr? Derjenige, dem 100.000 erlassen wurden oder der, dem 100.000 erlassen wurden? Simon verstand sofort. Dazu brauchte er keinen besonderen geistlichen Scharfblick. Wohl der, dem 100.000 erlassen wurden, der dem mehr vergeben wurde. Jesus erwiderte, als ich dein Haus betrat, hast du mich nicht mit dem üblichen Gruß geehrt. Du hast mir noch nicht mal das gewöhnliche Öl gegeben, das besonderen Gästen für ihre Füße gegeben wird. Diese Frau hingegen hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Du hast mich nicht so willkommen geheißen, wie es üblich ist. Du hast mir noch nicht mal eine Fußwaschung angeboten. Und die war nicht nur für Promis, sondern für jeden Gast. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen. Simon. Das hat sie alles getan. Denn wem viel vergeben worden ist, der liebt auch viel. Da haben wir es. Wer weiß, dass ihm viel vergeben wurde, lebt deswegen nicht zügellos. Das ist eine völlig ungerechtfertigte Befürchtung. Im Gegenteil, es schafft eine Ruhe vor Gott, weil man mit der Gewissheit vor Gott treten kann, das einem vergeben ist und diese Vergebung nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. David hat vorausblickend die Menschen beschrieben, die nach der Auferstehung von Jesus Christus leben würden. David war ein Prophet und sah die Zukunft. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Und schauen Sie, was in Vers 8 steht. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. David sah Menschen, wie hier in der New Creation Church. Menschen, die unter einem neuen Bund leben, auf der ganzen Welt. Er sah die Zukunft, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war. Einige Bibelkommentare beziehen das auf David selbst. Nein, glückselig sind die, sagt er, nicht glückselig bin ich. Er war neidisch. Durch den Heiligen Geist blickte er in die Zukunft und sah Menschen, deren Sünden vergeben sind und die sogar glückselig sind, weil Gott ihnen ihre Sünden nicht anrechnet. Glückselig, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Das Wort anrechnen kommt aus der Buchhaltung. Ich ziehe es nicht von ihrem Konto ab. Bezieht sich das auf Menschen, die alles auf der Reihe haben? Nein. Wenn jemand nie sündigt, was soll man da anrechnen? Es bezieht sich auf Menschen, die nicht perfekt sind, wie sie und ich, und trotzdem glückselig sind, weil der Herr seit dem Tod und der Auferstehung von Jesus uns unsere Sünden nicht mehr anrechnet. Der griechische Ausdruck, der hier mit nicht übersetzt wird, ist eigentlich eine doppelte Verneinung. Als einfache Verneinung wird im Neuen Testament meist entweder U oder Me verwendet. Aber wenn man sie zusammentut, U, Me, dann bedeutet das auf keinen Fall, ganz bestimmt nicht, nie und nimmer. Glückselig ist der, dem der Herr die Sünde nie und nimmer anrechnet. In diesem Wissen leben zu können, wenn ein schlechter Gedanke kommt, wenn man im Auto fährt und etwas sagt, was man nicht hätte sagen sollen, oder etwas denkt, was man nicht hätte denken sollen. Zu wissen, dass alle Sünden vergeben sind, gibt uns Hoffnung für die Zukunft. Vor uns liegt keine Finsternis, sondern Licht und Glanz und Herrlichkeit. Vor uns liegt keine Krankheit, sondern Genesung, sein Friede, seine Gesundheit. Vor uns liegt keine Scham, keine Verurteilung, sondern seine Herrlichkeit, Gunst und der Reichtum seiner Gnade. Wir dürfen mit Gutem rechnen. Warum? Weil uns unsere Sünden vergeben sind. Ich möchte mit einem Lebensbericht schließen, okay? Dann entlasse ich sie. Der Bericht kommt von einer Frau aus Texas in den USA. Ich wuchs in Kanada auf und suchte jahrelang nach echter Liebe. Nach zwei gescheiterten Ehen und Zeit in der Reha, weil ich von Beruhigungs- und Schlafmitteln abhängig war, wurde ich mit Jesus bekannt gemacht. Ich war zu dem Zeitpunkt 40 Jahre alt. Während der ersten Jahre meiner neuen Gottesbeziehung verschlang ich die Bibel. Mein Leben veränderte sich immer mehr. Dann lernte ich meinen Mann kennen und nach vier Ehejahren verkauften wir alles und zogen nach Dallas, Texas. Dort gingen wir auf eine Bibelschule und wollten eigentlich Missionare werden. Doch Gott hatte einen anderen Plan für unser Leben. Er wollte unsere Ehe heilen. Wir wussten nicht, wie man eine gesunde Ehe führt. Wir besuchten viele Ehekonferenzen, beteten um Heilung und engagierten uns im Dienst, aber wir fanden nie die Freiheit, nach der wir uns sehnten. Dann wurde uns eines Tages das Buch von Pastor Prince gegeben, zur Herrschaft bestimmt. Als ich von Gottes Gnade las, wusste ich, dass das die Antwort war, nach der ich gesucht hatte. Schon bald änderte sich unsere Gottesbeziehung, ohne dass wir wussten, wie sehr Gott unsere Ehe verändern würde. Zu dem Zeitpunkt kämpfte mein Mann immer noch mit Pornografiesucht. In unseren 27 Ehejahren hatte er Seelsorge und verschiedenste Hilfen ausprobiert. Einmal fuhr er sogar mehr als 24 Stunden, um an einer Konferenz speziell für Männer mit Sexsüchten teilzunehmen. Er hatte wirklich alles ausprobiert, aber nichts hatte funktioniert. Nachdem er mehrere Jahre hörte, wie Pastor Prince von Menschen erzählte, die von Sexsüchten frei geworden sind, fing mein Mann an zu bekennen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Eines Tages, als er im Auto saß und sich wieder Pornografie ansah, war, Leute, während er im Auto saß und sich Pornografie ansah, fing er an zu bekennen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Zunächst war es nur ein Flüstern, wurde aber immer lauter. Nachdem er einige Tage lang seine Gerechtigkeit in Christus bekannt hatte, bemerkte er, dass er frei war. Als er mir schließlich sagte, dass er seit drei Monaten keine Pornografie mehr angeschaut hatte, war ich verblüfft, weil er es vorher keine drei Tage ohne Pornografie ausgehalten hatte. Während ich dies schreibe, hat er sich seit zwei Jahren keine Pornografie mehr angeschaut. Ich spreche hier von einem Mann, der 60 Jahre lang, nicht 16, sondern 60, der 60 Jahre lang mit dieser Sucht gekämpft hatte. Er ist ein wandelndes Wunder und ich bin so stolz auf ihn. Heute erleben wir eine tiefere Liebe für unseren Retter und alles, was er für uns getan hat. Und wir engagieren uns in unserer örtlichen Gemeinde. Wir erleben auch eine tiefere Liebe füreinander. Ich möchte mich bei Pastor Prince bedanken, dass er den Heiligen Geist durch sich dienen lässt. Halleluja! Danke, Herr Jesus! Ich möchte Ihnen versichern, wenn Sie wiedergeboren sind, sind Sie sicher. Sie stehen nie außerhalb der Vergebung Gottes. All Ihre Sünden sind vergeben. Machen Sie sich das bewusst. In ihm haben wir Vergebung. Und das Wort haben bedeutet, aktiv Besitz zu ergreifen. Sie dürfen wissen, dass Ihnen vergeben ist, besonders wenn schlechte Gedanken aufkommen, wenn der Teufel Ihnen einreden will, wie kannst du Gutes in deinem Leben erwarten? Schlechtes wird geschehen, wegen dieser Schwäche oder dieser Angewohnheit. Da heißt es, von unserer Vergebung Besitz zu ergreifen. Sagen Sie Danke, Vater. Wenn Sie versagen, gehen Sie zum Vater und sagen Sie, Vater, danke, dass du mir vergeben hast. Selbst wenn Sie vergessen, ihm dafür zu danken, haben Sie einen Retter, der für Ihre Vergesslichkeit gestorben ist. Gott liebt Sie, Freund. Vielleicht haben auch Sie, mit irgendeiner Sucht zu kämpfen. Vielleicht sind Sie zu stark von Medikamenten abhängig. Vielleicht haben Sie ein Alkoholproblem oder vielleicht einfach eine schlechte Angewohnheit, die Sie gerne ablegen würden. Freund, es beginnt alles mit dem richtigen Glauben. Glauben Sie an den Herrn Jesus Christus. Glauben Sie, dass das Blut, das er am Kreuz vergossen hat, die nötige Bezahlung ist, damit Sie bei Gott Annahme finden. Wenn Sie sich davon angesprochen fühlen und wenn Sie Ihr Vertrauen noch nie bewusst auf Jesus gesetzt haben, dann möchte ich Ihnen jetzt die Gelegenheit dazu geben. Beten Sie von Herzen. Himmlischer Vater, Vater Gott, was für ein großer Gott du doch bist. Was für ein herrlicher Gott. Ein Gott reich an Gnade, voller Mitgefühl. Deshalb bin ich hier und spreche mit dir, Herr. Ich danke dir, dass du deinen Sohn hingegeben hast, um mein Retter zu sein. Christus ist für meine Sünden am Kreuz gestorben und ohne sie wiederauferstanden. Heute lebt er zu deiner Rechten. Und ich bekenne, Jesus Christus ist mein Herr. Danke, Vater. All meine Sünden sind vergeben. Ich bin sehr gesegnet. Ich bin hoch begünstigt von dir. Ich erwarte fest, dass ich in deiner Fülle leben werde. Im Namen von Jesus. Und alle Leute sagen Amen. Preis den Herrn. Stehen wir auf. Danke, Jesus. Heben Sie Ihre Hände hier im Saal und jeder, der von woanders aus zuschaut. Nehmen Sie Gottes Bewahrung nie als selbstverständlich hin. Der Herr segne Sie in dieser kommenden Woche mit den Segnungen von Vater Abraham. Und der Herr segne Sie mit all den Segnungen aus 5. Mose 28. Der Herr beschütze und bewahre Sie und Ihre Angehörigen in dieser Woche vor jedem Schaden, vor Gefahr, vor jeder Krankheit, vor seelischem Trauma, vor allen Mächten der Finsternis. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Denn Sie sitzen unter dem Schirm des Höchsten. Sie bleiben unter dem Schatten des Allmächtigen. In Christus selbst. Weil Sie in ihm sind, haben Sie Sündenvergebung. Sie haben Erlösung von dem Fluch, von dem Gericht, von der Strafe. Der Herr erhebe sein Angesicht. Sehen Sie diese Woche, wie er Sie anlächelt. Wenn Sie mit ihm reden, sehen Sie einen lächelnden Vater, der Sie mit väterlicher Liebe liebt, der Sie immer versorgt. Ich sage nicht, dass es keine Schwierigkeiten gibt, aber selbst inmitten der Schwierigkeiten bereitet er Ihnen ein Festmahl. Er deckt Ihnen den Tisch. Sie gehen durch Schwierigkeiten hindurch. Sie bleiben nicht stecken. Sie kommen noch wieder heraus. Und wissen Sie, was Ihnen folgen wird? Güte und Gnade in dieser Woche. Im Namen von Jesus. Und alle Leute sagen Amen. Gott segne Sie. Wir sehen uns. Wir sehen uns.